das muss ich jetzt öfter machen ich muss das verinnerlichen vergesse es immer wieder die luft ist jetzt trockener geworden bedingt durch die heizungsluft und auch draußen ist jetzt nicht mehr ganz so feucht das heißt also auch hier im raum sinkt die luftfeuchtigkeit tatsächlich so hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen ich werde heute unser schätzchen gießen hier unsere pilea der untersetzer ist nämlich trocken das substrat oberfläche ist auch trocken von daher werde ich den heute mal gießen ja ich glaube ich müsste mal gucken dass ich mir eine kleine gießkanne besorge dafür ist das vielleicht ein bisschen einfacher aber es geht so auch guck mal jetzt haben wir jetzt drin drei milliliter noch mal drei milliliter rein bis jetzt steht noch nicht zum untersetzer so dass ein bisschen was im untersetzer drin steht okay ist immer noch nichts drin und geht doch mehr rein als ich dachte jetzt haben wir drei sechs neun milliliter dann soll es aber ausreichend sein also müssen uns ab und zu mal drum kümmern ja jetzt kommt unten raus also neun milliliter gut zehn milliliter was bescheid wir brauchen eine kleine gießkanne mal gucken was ich da finde so wir werden uns heute den weihnachtskaktus hier widmen die habe ich mir jetzt neu zugelegt wir möchten natürlich wissen was sache hier was gibt die erde her ich werde sie allerdings nicht bei null durchspülen sondern diesmal mit 500 würde ich sagen damit sie nicht unter versorge weil diese einmal nass gemacht hast dauert ganz lange bis über der gießen kannst bei den kaktieren das sind ja sukulent also wasserspeichernde pflanzen okay ich muss akku wechseln wir sehen uns gleich sie brauchen wenig wasser das weiß ich so schon ich werde jetzt 500 durch gießen jetzt genau 520 um dann langsam 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 so geht das aber nicht gut also die erde nimmt nicht so schnell wasser auf muss jetzt ein bisschen aufpassen dass mir nicht alles überläuft also mache ich das jetzt peu à peu hier hier geht etwas besser das heißt die erde ist noch feuchter ja ist wenn die erde etwas trockener ist dann nimmt die nicht ganz so viel oder so schnell wasser auf in dem sinne da müssen ein bisschen vorsichtig vorgehen ich möchte sie umpflanzen werden heute aber nicht machen ist aber ich sie jetzt pitschen nass mache aber ich zeige euch gleich auch wie auch wie ich dann vorgehe wenn ich zu viel gegossen habe das können wir dann gleich auch mitnehmen so das dauert jetzt recht lange wie ich sehe ich mache das mal just zu ende und dann geht es gleich weiter es kann losgehen so dann schauen wir jetzt mal was wir drin haben wir haben 520 reingegossen und was bekommen wir jetzt raus aus der erde sehr interessant 2760 ok 2760 und was haben wir hier also wir sehen sie sind gut versorgt kommen sie auch zu den stark zehrern zählen da gehe ich auch schon von aus wobei also auch hier 2300 auch viele sukkulente tatsächlich mehr vertragen als man denken möchte ist tatsächlich so ok also was machen wir jetzt da habe ich ein bisschen nass so kann ich sie nicht umtopfen das geht nicht da habe ich matschepampe ich nehme jetzt einfach ein lappen nimmt nach möglichkeiten alten lappen den ich nicht mehr brauche und dann stellen wir das jetzt einfach hier drauf und dann wird das wasser hier aus dem topf heraus gesogen lappen muss natürlich trocken seine ok da ich sie heute noch nicht umpflanze kann ich schon mal die töpfe vorbereiten denn ja wir haben schon so viele ton töpfe und von daher werden wir sie versiegeln um weniger hohe luftfeuchtigkeit zu produzieren gut im moment ist bei uns hier so ok wie es ist wie gesagt durch die heizungsluft wird es natürlich trockener ganz klarer fall aber im sommer haben wir also wirklich 80 prozent gehabt und das war dann schon ziemlich heavy von daher machen wir das so wir werden den von innen und von außen einstreichen aus einem ganz einfachen grund wenn wir den nur außen einstreichen dann saugt der topf ja trotzdem wasser und dann wird der ton nass ganz klarer fall und was sich dann ergeben wird wenn der von ihnen nicht beschichtet ist also das wasser im prinzip dann hinein gesogen wird aber nach außen nicht austreten kann weiß ich nicht aber das macht auch nicht wirklich viel sinn von daher werden wir es also von innen und von außen hier einstreichen und dann lassen wir einen tag trocknen und dann können wir morgen dann unsere kakteen sukkulente dann einpflanzen hier in diese töpfe wie gesagt also ich mache es bei einigen töpfen jetzt nicht zwingend bei allen aber bei doch bei dem großteil in dem sinne wir haben schon viele tontopfe hier und von daher müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit der luftfeuchtigkeit bei uns im raum sicherlich ist es der tontopf hat natürlich schon sinn in dem sinne er transportiert wasser nach außen das heißt also man kann nicht so schnell übergießen und ja es kommen auch mineralstoffe mit heraus tatsächlich salze nachteil dabei ist halt das lagert sich auch am topf dann an ab in dem sinne und dann hast du halt diese ausblühungen am tontopf dementsprechend mitgegeben so das ist okay ich mache den anderen noch fertig für morgen und sieht ein bisschen komisch aus jetzt aber bis morgen sieht halt wieder normal aus so ich habe jetzt drei weitere töpfe noch damit eingestrichen und damit ich das sauber machen kann man sollte alles verbrauchen das ganze wichtig so das ist jetzt ungefähr zehn minuten her und seitdem ist der lappen hier schon richtig nass geworden ich werde ihn mal einfach mal ausbringen mal gucken ob man das jetzt sehen kann siehst du also das funktioniert genial als ne das ist also eine richtig coole klasse methode muss nur aufpassen wo du den lappen hinlegst sollte natürlich auf einer unterfläche sein die kein wasser saugt also wenn ich hier auf den teppich stellen oder so und dann wird der ganze teppich auch nass so okay das kurz dazu das geht also relativ gut wenn eine pflanze mal überwässert ist ne so tatsächlich das wasser wieder raus zu bekommen dann sie stellt sie mal an die seite dann sehen wir jetzt das hier das ist unsere orchidee die fallen ob es unsere mutter die ihr neues kindel bekommen hatten aber letztes mal gesehen dass dort ein paar neue austriebe gegeben sind und ich hatte fast anscheinend dass es vielleicht noch mehr pflanzen sich entwickeln nein es haben sich tatsächlich zwei blütentriebe entwickelt ist das nicht genial so eine alte pflanze die zum sterben verurteilt war wir haben ja schon zwei kindel davon und wann das jetzt zwei die ein kindel ne das ist das zweite ist ja auch egal auf jeden fall hat sie hier oben noch ein kind nee das ist zweite kindel so war das genau erst erst mal waren kindel zweite mal kam blütentrieb nachdem wir das kindel abgenommen hatten und dann ist das kindel herausgewachsen hier und dementsprechend letztens zwei komische knoten und dran und das sind tatsächlich jetzt hier blütentriebe die sich entwickelt haben und das sogar zwei seitdem wir sie achte jetzt weiß ich warum drei ich bin aber auch manchmal auf hier haben wir noch ein kindel das hier herauswächst direkt aus dem grund ne also das ist eine coole pflanze ich sage es dir zum tode verurteilt und beglückt und so herrlich so ich werde jetzt schluck wasser reingießen seitdem das letzte mal das gemacht haben habe ich nichts mehr reingegossen so klein schluck das reicht ehrlich das reicht vollkommen aus die sind so genügsam was wasserverbrauch angeht das kannst du auch in den blättern erkennen solange die richtig straff sind ist alles okay die speichern wasser in den blättern in den wurzeln und wenn die eine zeit lang trocken stehen machte nichts aus das natürlich ganz vertrocknen lassen okay das heute mitgenommen wir haben als tatsächlich zwei wunderschöne blütentriebe die sich entwickeln so okay dann kommen wir jetzt als nächstes nach diesem wunder kommen wir jetzt zu unserem bonsai chiliwald den wir vor kurzem gemeinsam hier eingepflanzt haben der bonsai chiliwald nach dem neustart wir hatten ihn ja hinein gepflanzt und einen kräftigen plattschnitt gemacht also ein rückschnitt in dem sinne die struktur stammast das war so da habe ich nichts verändert da wird sich auch voraussichtlich nicht ganz so viel tun denn sie wachsen also wirklich kompakt und wir sehen hier wieder wunderschöne blüten die herauswachsen hier ist sogar schon eine frucht die sich entwickelt hier oben auch auch hier ist eine frucht ich drehe das mal kurz hier ist auch eine frucht wie wir sehen sie hat ja vor kurzem schon mal geblüht gehabt das ist eine coole sache vor allem jetzt wirklich so klein bleiben die früchte auch noch kleiner werden in dem sinne ist das natürlich schon eine richtig schöne sache so ich werde hier das eine oder andere blatt nochmal entfernen was mir jetzt nicht so wirklich gefällt damit das so nach und nach ein bisschen hübscher wird aber das ist schon genial vor allem dass die jetzt also nicht wirklich triebwachstum machen sondern nur blütenwachstum in dem sinne es kommen keine blätter oder triebe herausgewachsen sondern tatsächlich blüten sie möchte sich einfach weiter vermehren was gefällt mir jetzt noch nicht hier das hier ich bin gespannt ob jetzt auch noch mal triebwachstum kommt weil das wäre ja auch ganz schön wenn man sich noch ein bisschen weiterentwickeln würde so ein rest lasse ich erstmal nicht zu viel auf einmal hier raus schneiden das eine oder andere ältere blatt was jetzt innen gesessen hat in dem sinne nach dem rückschnitt wird mit sicher noch mal etwas leiden und das nehmen wir dann auch noch mal zurück aber das ist schon eine coole sache dass wir jetzt auch tatsächlich wieder ein blüten ja blüten zuwachs gegeben haben dass sich das also so von selbstständig einfach handhabt aber das ist eine coole sache ne okay und mal zu viel rumschwärmen aber es ist auch schön es ist einfach schön das macht so viel freude okay noch mal ganz kurz zu der bonsai chili ich zeige das jetzt noch mal damit man das nicht vergisst das ganze steht hier auf dem untersetzer der ist jetzt auch trocken die pflanze kann auch kein wasser saugen weil die unten füße darunter stehen von daher trocknet das was hier reinkommt aus und dann ist gut zu geben der zeit müssen wir das dann ab und zu mal sauber machen ich habe gestern gegossen und gedüngt dummerweise bei 1000 fällt mir gerade ein normalerweise sollten wir nur bei 500 gehen aber ich wollte so ein bisschen mehr einmal jetzt damit sie vielleicht zum wachstum angeregt wird die nächsten mal auf jeden fall wieder bei 500 denn wenn kein triebwachstum gegeben ist also kein blatt und astwachstum dann verbrauchen die pflanzen recht wenig nährstoffe und damit auch keine überkonzentration bekommen im substrat machen wir das halt so bei 500 jetzt erstmal bis wir sehen dass sie wieder ja vielleicht mal triebe entwickelt nicht nur blüten und früchte wobei das natürlich cool ist okay die papaya unser säenling der viele monate gebraucht hat um zu keimen die anderen damals schon kein wahnsinn der kaputt gegangen durch eisen überdüngung aber der hat dann hier tatsächlich drin überlebt steht nach wie vor hier drin bei jederzeit werden umtopfen aber es ist so der macht sehr wenig wurzelwachstum und von daher müssen wir das jetzt nicht zwingend heute machen oder so da kann hier noch eine zeit lange drin stehen bleiben hier habe ich da wasser drin stehen hier unten eine kleine pfütze noch und wenn er jetzt wasser braucht dann nehme ich da kein ding und taucht dann einfach da rein dann saugt sich das voll und dann ziehe ich das wieder hoch und stelle mir damit er nicht ständig im nassen stehen okay und kann ich jetzt allerdings mal wieder wasser reinfüllen ist nicht mehr viel drin oder ganz kleine pfütze ich habe heute morgen schon getaucht deswegen hat er jetzt nichts aufgesogen aber das ist schon eine schöne sache mit der papaya wie gesagt sie sind genügsam aber ja auch empfindlich in dem sinne dann also von daher muss man hier wirklich aufpassen dass man nicht überdüngt die stehen hier bei 500 das ist vollkommen ausreichend okay dann haben wir jetzt von der papaya auch so ein kleines update mitgenommen into the box ja hier haben wir unsere efeutute pictus skindapsus pictus schauen wir einfach mal rein hier mache ich einmal die woche auf und gucke rein mehr nicht das steht abseits hier am fenster auch unter zuerst beleuchtung ganz klarer fall das ist nur ein experiment um da zu gucken was passiert denn wenn das sieht also ich würde sagen mega interessant aus eine richtig coole sache ich sollte vielleicht mal öfters lüften gegossen habe ich bis heute nicht das facnumos ist immer noch feucht also ist schon eine coole sache dass das dass man das also auch so tatsächlich über viele wochen monate tatsächlich handhaben kann um sich etwas heranzuziehen wenn man nicht so die zeit hat und lässt es einfach wachsen also das ist eine schöne sache hätte ich nicht gedacht dass sie also unter diesen klimatischen bedingungen tatsächlich dann ja das überleben und auch tatsächlich wachsen können als ist schon eine schöne sache das so anzusehen ich mache es jetzt wieder zu wie gesagt das ist nur ein versuch hier um zu gucken was passiert denn wenn wir haben ja welche und von daher können wir versuche machen unsere kleinen kleinen fennigbäumchen grasula ovata das sind die kopfstecklinge die wir gemeinsam vor kurzem gemacht haben guck mal wie kräftig die sich entwickeln ist das nicht der hammer das ist der burner die werden auch schon gut versorgt die werden auch schon gedüngt diese weißen punkte diese sie ist nein es sind keine schädlinge keine insekten und sonst irgendwas das sind einfach mineralstoffe die von der pflanze heraus transportiert werden aus den blatten ich finde das sieht mega cool aus also brauchst keine bange haben das sieht einfach nur cool aus das ist so genial anzusehen ups sorry das ist wunderschöne gedünglich werden sie kontinuierlich auch hier schon bei 400 bis 500 mikrosiemens höher braucht man nicht gehen wie wir sehen sie sind kräftig im grün kräftig im wachstum stehen auch hier zum teil im anstau das heißt so jetzt steht gerade mal ein bisschen wasser hier unten drin gießt aber erst wieder wenn es notwendig ist also ich halte nicht ständig hier im wasser kann man machen das mal das mal so kurz mitgenommen wie die sich entwickelt haben das nämlich auch wunderschön anzusehen so herrlich so schöne dicke dicke pflänzchen was aber ich falle ein stück runter dass man das vielleicht von anderen perspektive betrachten kann so ja siehst du wohl ne aber die ist schon hübsch ne ja so einfach ist das richtig kräftiges wachstum kopfsteckling einfach mal hier hineingesteckt die hatten wir nicht bewurzelt sondern einfach wirklich abgeschnitten und einfach eingesteckt und die sitzt mittlerweile auch richtig fest hier drin okay das als kurzes update zu unseren fennigbäumchen lange nicht gesehen kennst du es noch weißt du noch was das ist ja es ist unser pistaziensträuchlein selbst gezogen aus den samen damals darauf hier habe ich jetzt lange seit gar nichts immer stand dahin auf dem tisch und ist einfach vor sich hin gewachsen mehr oder weniger er war ziemlich wabbelig fiel ständig um mittlerweile ist er schon ein bisschen stabiler geworden das ist soweit okay das ist der eigentliche hauptrieb hier dieser der ist damals herausgewachsen hat dann aufgehört und da kam monatelang gar nichts und irgendwann wuchs er hier unten wieder raus und hat sich dann entschlossen das als hauptrieb zu wählen ist immer wieder mal ein stückchen gewachsen nicht viel aber immer wieder mal so stückchen so und jetzt geht's hier jetzt schickt er die kraft hier rein und hier entwickeln sich neue triebe es scheint tatsächlich eher als busch zu wachsen wie das hier gegeben ist was sache ist weiß ich nicht und von daher werden wir das jetzt gemeinsam mal kurz machen gucken was hier tatsache gegeben ist ich habe hier immer pi mal daumen reingegossen mal 500 mal 1000 weil man mich so geärgert hat mit dem wachstum da wusste ich auch nicht so richtig und dann habe ich mir gesagt komm dann kriegst du mal mehr dann kriegst du mal weniger und so weiter und so fort okay dies so wie es ist ich habe hier auch nie nachgemessen was haben wir hier drin ok ok 3100 ein paar zerquetschte 3130 micro siemens ok es ist also stark zehrer denn ihm geht es nicht schlecht er wächst das ist jetzt mal interessant das heißt aber auch dass wir jetzt aufpassen müssen denn wir haben doch eine sehr hohe konzentration er meine er überlebt im prinzip aber auf dauer kann das dann doch schädlich sein aber ich zoome mal ein bisschen näher ran vielleicht kann man dazu besser erkennen dann gehe ich gleich noch einmal kurz rum ja 3000 kommen wir rauf also hier kann man den neuaustrieb erkennen hier vorne wächst hier heraus hier und hier oben auch hier wächst auch heraus blätter sehen relativ gut aus also manchmal sind die so gruselig wenn die heraus wachsen also ich habe ich noch nicht ganz raus wobei ich meine man sieht es von der farbe auch ne der hat 3000 das kannst du bald schon am gesicht anerkennen was die sache ist im grunde was werden wir jetzt machen ich würde sagen wir werden ihn einmal spülen das haben wir nämlich noch nie gemacht um hier mal klarheit wieder zu schaffen an den füßen da kann man sehen wenn man kandidaten einfach mal rumstehen lässt und nichts macht dann ist das eben so ich meine ist ja gut dass er gewachsen ist aber dass da so viel drin ist habe ich jetzt nicht mit gerechnet ok ich dachte eher mit viel weniger ich dachte sogar unter 1000 aber wie wir sehen kriege ich den einfach so hier rein geht so gucken dass ich gleich wieder rauskriege also wenn das ganze spülen hier nicht mit reinem wasser nein wir werden das ganze bei 1000 mikrosiemens durchspülen also lassen es also kräftig unten rauslaufen wirklich kräftig dass es ordentlich gespült wird warum mit 1000 ja weil er 1000 verträgt und es nutzt mir nichts wenn ich jetzt mit 500 hier durchspüle oder mit null wir spülen durch und schicken aber was hinterher was er gebrauchen kann in dem sinne das sollte so funktionieren wenn man natürlich nachher nachmessen ganz klarer fall dazu werde ich den topf hier natürlicherweise sauber machen und noch kein wasser rein füllen und auch noch keine näherstoffe sondern wir gießen nachher noch mal 1000 hierdurch dann durch das substrat und messen dann was dann im wasser hier drin gegeben ist so hast du das schon gesehen hier ja die das ist die andere phalanopsis ist also ein kind von der mutter die wir vorhin gesehen haben so jetzt habe ich hier gut ein liter durchgegossen jetzt warte ich noch einen moment ja das ist das schätzchen hier steht hier im wasser drin das ist eine coole sache wie kräftig die gewachsen ist und wie dunkel die ist also die kriegt keine nährstoffe im moment wir düngen ja mit dem orchidspray aber da brauchen wir also wirklich jetzt im moment gar nichts machen das ist gut so wie das ist mal ich hebe mal raus aber kann man besser sehen pass mal auf das ist also schon heftig was die an wachstum zulegt hier auch die wurzeln dass sie sich so verzweigen das ist also herrlich anzusehen richtig genial stimmt unter der aquarium beleuchtung so ich setze ihn einfach wieder hier oben drauf ist nicht eingepflanzt im substrat er steht einfach nur hier oben drauf so ich auf meine wurzeln nicht abbreche so siehst du wohl stand da jetzt so ne ja so dass er also dass die wurzeln vom substrat her wasser saugen können und das substrat steht also im wasser die wurzeln nicht sondern das substrat okay so ich mache den eben sauber hier und dann lass uns überraschen wie wir das jetzt hinbekommen hier so jetzt habe ich vergessen das wort hat umzufüllen weiß bescheid da kommt so weiter das weiter umzufüllen also jetzt jetzt los gespannt topf ist sauber gespült das habe ich jetzt tatsächlich das erste mal gemacht und zieht immer wieder raus hier wurzeln sehen gut aus würde ich sagen so relativ ist jetzt nicht so bombastisch viel aber es ist auf jeden fall wurzelwachstum gegeben ja ich denke mal auch der topf war viel zu groß das ist halt so manchmal so der topf war viel zu groß jetzt gießen wir hier noch mal wasser durch aufgedüngt wir haben jetzt hier 1150 drin ja ist so 1150 und dann spüren wir die ganze noch mal durch das ist jetzt unsere pistazie ungefähr anderthalb jahre alt jetzt und da kommen wir gleich zu unseren cashewbäumchen das war von dem exo tom geschenkt bekommen haben damals macht sich richtig gut aber das ist definitiv ein schwachzehrer da werden wir auch noch mal nachmessen dass da jetzt tatsache gegeben ist aber ich sag's ja da oder nach langer zeit haben wir das schätzchen mal wieder auf den tisch und dann gehen wir doch noch mal richtig auf den grund was hier tatsache gegeben ist da bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt ich sag's dir was machen wir jetzt dann was machen wir jetzt dann da dann aufpassen wir nichts umschmeißen hier ne so werde ich den mal hier drüber und was haben wir jetzt gegeben oh immer noch 2000 immer noch 2000 okay ich lasse das jetzt so da sollte er mit zurecht kommen weil ist dabei über 3000 nicht hingegangen von daher lasse ich das jetzt so und werde dann wenn das wasser verbraucht ist relativ hier noch mal kontrollieren um zu gucken was dann gegeben ist so siehst du wohl haben wir das auch fertig und dann kommen wir zu unserem cashewbäumchen okay so gleich wieder leer machen unser cashewbäumchen wir sehen die substratoberfläche ist trocken hier ist aber noch wasser drin und dann ziehen wir den mal raus und gucken mal wie die wurzeln aussehen das ist okay die wurzelspitzen sind auch weiß das ist also richtig cool ich traue mich gar nicht die wurzeln abzunehmen wir werden es aber machen müssen das bringt ja nichts wenn die hier im wasser wachsen und hier dann dementsprechend verhalten weniger und wenn wir ihn umtopfen müssen müssen wir die dicken wurzeln abschneiden und leidet die pflanze wieder von daher werden wir das jetzt auf jeden fall gleich auch machen so guck mal was wir jetzt hier drin haben dürfte ja nicht viel sein 124 mikrosiemens 124 mikrosiemens upsibupsi bumm ne ja das ist also ein kandidat wo ich denn jetzt schere ein kandidat der also doch die liegt auf der anderen seite weil nämlich die schere der also wenig nährstoffe braucht und die sind schon relativ dick hier die wurzeln die eine hier vor allen dingen so ja das muss sein es nutzt alles nichts sonst wie gesagt wenn wir ihn später umtopfen möchten dann ist das nicht so der burner so ich werde auch hier das wasser rausgießen was hier noch drin ist dann kriegt er diesmal ein bisschen mehr oder das ist doch ein bisschen arg wenig ne aber er ist grün ja ist so wie es ist ne so wir haben jetzt ein liter osmosewasser da kommt rein überlegen sieben kommen wir auf fünf hundert drei komma fünf also 0,3 nicht rein was mal auf ich werde also 1 so da kommen wir wahrscheinlich auf 300 ungefähr ich sag's dir also ab und zu zeige ich das auch mal wieder wie ich das so mache damit ihr das auch mitnehmen könnt wie das so funktioniert könnt ihr euch davon ausgehen dass alle das schon wissen so ok wenn du das schon weißt tut mir leid ist halt so ne siehst du jetzt bei 100 170 190 steigt noch ein bisschen ja ist ok wir sind jetzt hier bei circa 230 230 mikrosiemens so dann ist ok damit werde ich den jetzt wieder befüllen und dann ist er versorgt ja ist schon interessant ne weil das cashew tatsächlich ein schwachzehrer ist bis dato kann sich ja vielleicht noch ändern wissen wir nicht ne reicht das aus ja es reicht aus also weiß bescheid so sieht es bei dem cashewbäumchen aus soll man nicht glauben ne der hier der will richtig was und der lieber nicht und wir haben die wurzeln gesehen die sehen gut aus gut der wert war jetzt relativ niedrig deswegen haben wir den jetzt wieder etwas erhöht damit die pflanze auch wieder besser versorgt ist aber nichtsdestotrotz in einer geringen dosis das ist schon mal sehr interessant so mitzunehmen ok ich hätte es fast vergessen noch nicht fast ich habe es vergessen ich habe die beleuchtung noch gar nicht angemacht warum sagt mir denn keiner mensch manchmal ist aber auch noch zu leid bist du beschäftigen 1 2 3 vergisst du alles hier so kriegen jetzt auch wieder licht weil das ist nur so vier fünf stunden ungefähr ich habe es nach wie vor noch nicht gemessen wie lange das ding an ist aber es ist auch unterschiedlich je nachdem ob ich jetzt nur blau an mache oder nur rot oder blau und rot und von daher nach weißt du was lass laufen läuft ist eine coole sache so es ist also wirklich erstaunlich wie unterschiedlich pflanzen nährstoffe benötigen gebrauchen also ist schon der hammer ne hier bei unserem cashew bäumchen bei 250 im prinzip kannst du sagen und dann halt Pistazienbäumchen über 1000 in dem sinne ja das ist wirklich cool so jetzt noch mal hier kurz zu unserem kaktus der hat jetzt ausreichend wasser hier rausgesogen keine bange ich mache das hier nicht auf dem teppich hier steht ein topf wo ich das mal so wasserreste rein drücken oder gieße das ist bei dem jetzt okay hier den werde ich dann dementsprechend jetzt auch so handhaben wie lange man das jetzt drin gehabt hier zweieinhalb stunden drei stunden ungefähr dann wird das überschüssige wasser ist hier also richtig pitsche patsche nass hier und hier wenn man hier fühlt das ist also schon wieder hat struktur das ist schon wieder krümelig das ist nicht mehr matschig das ist ganz wichtig insbesondere wenn man pflanzen in der erde hat ganz klarer fall ne ja umtopfen werden wir auf jeden fall gemeinsam wobei das hier noch zeit hätte man kann sie so versorgen nach über ein paar wochen nach über monate noch ist vollkommen ausreichend vom platz her aber nicht so trotz werden wir das auf jeden fall noch machen wollte ich jetzt mal sagen ach so die bäumchen von unserem bonsai ja noch nicht sie müssen ja noch wurzel machen ne nach wie vor stehen sie hier im wasser drin einmal habe ich das wasser gewechselt nach zwei tagen da war es nämlich richtig trüb gewesen bedingt durch das was aus der pflanze herauskommt das sind organische stoffe die dann halt anfangen zu gammeln da sollte man darauf achten das einmal weg zu gießen und dann habe ich es aufgefüllt mit frischem wasser und dann ist ruhe jetzt da brauche ich auch gar nichts mehr machen nur zwischendurch nachfüllen so dann habe ich noch etwas vergessen schon seit zwei oder drei tagen wir haben nämlich post bekommen pass mal auf ich zeig's heute und euch dann dementsprechend auch mal was wir da haben padam padam hallo hallo detlef hallo detlef erst einmal dankeschön für deine tollen und informativen filme ich konnte schon einiges sehr gut gebrauchen hier möchte ich dir eine kleinigkeit übersenden ich bin grad voll äh kennst du das manchmal kriegst du mich so rasend hör mal runter hör mal runter immer mit der ruhe ne so es läuft hier nichts weg du kannst gleich ganz in ruhe schlafen gehen mach dir keinen stress heute ist sonntag erst morgen ist der aufregender tag also sie sind handmade von mir ich denke und hoffe dass du was damit anfangen kannst liebe Grüße aus Essen Waltraut ähm PS ich bin noch nicht lange auf deinem Kanal aber finde ihn super und gucke jeden Morgen da freue ich mich drüber vor allem wenn ich einen Film mache und schon mal weiß dass sich das morgens Leute freuen wenn sie gucken das ist eine coole Sache freut man sich ja selber auch ne das ist schon eine richtig schöne Sache so ähm ja okay äh ganz ganz lieben Dank Waltraut ähm was wir damit machen ja ist eigentlich klar nur für welche Pflanze beziehungsweise welchen Topf das weiß ich noch nicht ähm okay äh ist das jetzt abgefallen oder ist das so nein das wird wohl so sein mega hübsch ein kleines Sternchen guck mal handgemacht Alter das ist schön ne Waltraut das hast du ganz klasse gemacht du richtig schick so ne nicht hier hin da ist ein bisschen dreckig dann haben wir hier noch was äh oh zweimal pass mal auf uah fällt da nichts auseinander nein alles gut nicht dass mir irgendwas hier runter fällt uah okay ja siehste wohl gucke mal wofür das ist wird wohl jeder wissen ne da können wir jetzt einen Topf reinhängen und den dann halt dementsprechend aufhängen ach das ist ja mal hübsch Waltraut richtig genial so da wollen wir mal gucken welche Pflanze wir dann tatsächlich beziehungsweise Topf hier dann einbringen ja ist schon ein bisschen Arbeit sowas zu machen ne das ist schon ja ganz ganz lieben Dank Waltraut ähm wird einen Ehrenplatz bekommen wo genau weiß ich jetzt noch nicht aber ich hab ein bisschen viel im Moment ne weißt du weißt du dann muss ich erstmal manches in Ruhe einfach auch dann entscheiden und nicht so spontan weil es gibt echt ne Menge noch abzuarbeiten sollte man nicht glauben ist aber tatsächlich so ja gut es ist ja auch mega viel hier geworden mittlerweile ne ganz ganz herzlichen Dank Waltraut so ähm ach man ich bin so aufgeregt wegen morgen pass mal auf wobei wenn ihr das seht dann bin ich gar nicht da dann bin ich dann doch dann ja je nachdem wie viel Uhrzeit ne auf jeden Fall geht das ja morgen los dann mit der OP für Melodie aber naja da erzähl ich später dann mehr dazu so pass mal auf ähm ich liebe sie äh als Kind meine Urgroßtante genau die hatte immer im Flur im kalten Flur welche auf der Fensterbank stehen und die haben jedes Jahr geblüht äh um die Weihnachtszeit und ich hab da stundenlang vorgesessen vor diesen Pflanzen und hab mir die Blüten beobachtet und auch die Pflanzen die Blätter die sich so entwickeln und so also tatsächlich stundenlang hab ich da vorgesessen sollte man nicht glauben ne aber ist so ja so ist der Detlef weiß Bescheid ne ok wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder auch wenn ich dann nicht da bin ok 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 ok